Das ist sehr langweilig. Total geil, das ist das. Ja, das ist echt cool. Das ist echt cool, Alter. Was ist zum... 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 Was hast du eigentlich direkt auf mich abgesehen? Ich weiß auch nicht, irgendwie muss ich dich jetzt einfach töten, ne? Ohne Scheiße, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, bist du das? Das ist eigentlich ein Mörder, verdammt. Bist du das? Gibt's ein Port? Bist du denn? Bist du gar nicht da, oder was? Alter Schwede. Alter Schwede. So geil. Alter, schießt jeder weg. Oh Mann, ey. Fängt ja schon gut an. Mir gefällt's. Instant geil, oder? Alter. Was ist das für euch? Lol. Als was kann ich spawnen? Achso. Fürst schießen. Er kann dann später auch Munitionskisten sogar spawnen lassen. Dann kannst du sie ja im Endeffekt den ganzen Sekunden zusammenstellen. Kommt erstmal mit bitte zu den Munitionskisten. Genau, machen wir das jetzt so. Ja, ich muss erstmal wieder leben, ey. Irgendeiner spawnt hier und ist direkt wieder... Der Bell ist am Arsch der Bell. Irgendjemand kann nicht schießen? Ja, PA? Ja. Was denn? Nichts. Passt schon. Mal so ne blöde Frage, wer ist denn wirklich da am Arsch der Welt gespawnt? Äh. Ach, das sind KIs. Meinst du? Das ist KI, genau. Ja, das ist KI. Ja. Mach doch mal. Lass mal das nicht mehr töten. Lass mal das nicht mehr töten. Und spawren einfach mal, testen. Weil jetzt die anderen Seen um was gehen. Kannst dann mal irgendwie so nen Trupp Infantisten reinbauen. Stehen, frei auf mich oben. Endlich auf mich schießen. Das ist KI. Aua. Und du? Wer ist denn hier Schütze Null? Oder wer ist das denn? Alter, ist wirklich jemand da? Ja. Sag es nicht. Alter. Cras. Alter, ey. Nur Schüsse. Alter, wer ist denn hier hinter mir? Was? Ach, Menü. Alter. Ich hab einen. Die anderen kriegen ja ganz große Augen hier, weil sie noch nie so viele Waffen gesehen haben. Habe ich, ähm, hab ich ein Ding auf dem Kopf? Night Vision? Ja. Oh ja, die machst du was. Das ist ne gute Idee, wie ohne Schein ist das? Boah, ja. Night Vision hat jeder, Mann. Ja klar. Doch. Ich hab's mal ganz einfach raus. Kein Quatsch, das ist doch Night Vision. Hab ich? Ja, ja. Hab ich halt. Ich lösche das Ganze am Anfang immer runter. Alles, alles weg. Damit ich mir nochmal neu ausgesagt. Jetzt, jetzt kann ich. Ähm. Also nur zur Info der Seesack sieht immer noch am besten aus. Das ist einfach ein Soldatenrufzeug. Blitz. Blitz stark eigentlich. Gut gemacht. Ey, du hast die Fahrzeuge. Hallo Leute, ich bin's. Ich bin's. Wo soll man, wo soll man gehen? Nein, ich bin's. Ja. Achtung. Lol. Ich bin's. Wir sind alle abgeschlossen. Hätt mir vielleicht mal jemand Bescheid sagen können? Ne, das ist ja der Trick daran. Du weißt ja niemand, was ich zugekomme. Ich brauche auf jeden Fall ein anderes Visier. Alter, sind da viele. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hä? Oh, ich triff gar nicht, ey. Nee, gar nicht. So ein Scheißvisier da oben. Alter, hab ich grad verschossen. Oh, mein Magazin ist leer. Oh, oh. Oh, fuck. Alter, von links kommt drei, vier Leute. Vier. Soll ich jetzt bei dem anderen spawnen, Punkt spawnen? Ja, wohl. Ja, 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 bei dem anderen. Jetzt weiß ich auch was, was er eben damit gemeint hat mit, oh, das können wir auch anders regeln. Boah ey. Wie viele Typen hast du da hingestellt? Willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Ich hab da einen ganzen Trupp hingesetzt und komm mal hier. Dammit. 4, 5, 1, 7, 8, standing by. Ready for order. Debi erfahr ich nicht, der hat mich ja mit da umgebracht. Wer ist jetzt hier? Ah, das ist Palka, das ist doch schon besser. Kannst du mir bitte das nicht vorhalten, wenn du sagst, ich soll auf dich schießen? Dann schieß ich auch auf dich. Ja. Was war denn das für ne Aktion? Wie geil war das. Debi fick dich. So ein Pisser. Aber richtig schön ist er reingefahren, dass er gekickt ist. Er sieht nichts auf mich gestorben. Es ist ein Katze gestorben, der da rumsteckt. Oh nö, ich weiß, was jetzt kommt. Attirer stürmen. Aber genau das muss geübt werden. Oh, da wird's... Ich geh mir jetzt um. Besonders jetzt, wo sowas auch möglich werden soll bei uns auf dem alten Server, ne? Jetzt geh ich doch mal auf den Sack hier mit seinem Scheiß auf. Ja, ja. Jetzt wird er erstmal überfallen. So. Jetzt... Macht mal. Hey, ich seh mir, das ist ein Überfall. Baby, baby, baby. Hör mal auf, jetzt bitte. Baby. Kinders. Ich hol gleich die Felder raus. Jetzt mal genau. Ich freu dich sein, weil wir dann am Anfang halt. Spannst du mal die Fahrt schon die ganze Zeit? LOL. Na toll. Nein. Die Kiste oder auf den Falker, du musst dich abnehmen. Wie es sich freut. Lass mal auf mich schießen. Ja, bitte. Welcher Idiot war denn das? Äh, da ich Sniper bin, lass mich mal in erhöhten Position raus. Ja, stimmt einfach mal, Atira. Da sind zwei Stempest-Geräte, die ihr da irgendwie mal sichern sollt. Jetzt einfach? Ja. Können wir noch ein neues Fahrzeug? Ja, dann hilft der hier alleine. Ihr braucht euch auch nicht an die 7-Minuten-Regel halten, ja? Kriegen wir noch eine neue Einheit. Hey, hey, hey. Baby, ja. Jetzt bleibst du erstmal. Kriegen wir noch einen neuen Hunter. Ja, danke. Fert vor, was soll. Bleib stehen. Der ist doch voll, Baby. Wir machen es auf jeden Fall genau richtig. Wir erschießen uns ja selbst, dann fangen wir einfach mal mit Hunter rein, genau. Dann wechseln wir noch einen Hunter. Wir werden gleich alle so tot sein, ich sag's euch. Ja, wenn der da in die Hand sieht. Ja, wenn der da in die Hand sieht. Ja, wenn der da in die Hand sieht. Na hör mal auf, jetzt wirklich mit dem Scheiß irgendwas. Einfach mal jetzt wirklich probieren, dass wir mal wirklich was durchzuziehen ist. Also wie gesagt. Entschuldigung, das müssen wir wirklich mal was durchziehen. Wer möchte leiten? Baby. Baby. Der, der es normalerweise auch leiten muss. Ist doch eine Übung, oder? Ja. Seht nicht. Gut, was haben wir denn dabei? Bleib mal bitte alle stehen. MXC, MXC und eine 3G L. Okay. Ja, falls ihr noch was braucht, hier ist auch noch eine MX drin und Raketen. Ich bin bei dir, oder? Äh, nein. Ist egal, der Schalldämpfer, Franzi. Wo bin ich dann? Das sind Bots, die kriege ich so oder so. Ich bin ein Quad-Bike, alleine. Weiß nicht, dann fahr zu Hunter-1. Ich bin bei uns. Äh, die sind im Polizei-Aku. Sie sind im Polizei-Aku. Stop! Okay, wir gehen mal gerade in das Haus hier rein. Und unten. Ich, ähm, okay. Geh mal oben gucken, was da abgeht. In der Town. Ah, von hier sieht man aber nichts. Der ist ein Schlüssel. Der hat geschossen. Ja. Soll ich oben die Tür aufmachen? Nein, 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 nein. Greift ihr schon ein? Mit dem redest du gerade? Wenn du im Chat redest oder so, man hört es irgendwie nicht. Okay. Greift ihr schon ein? Greift ihr schon ein? Okay. Okay. Ja. 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 Bravo ist bereit. Bravo ist bereit. Zwei Kontakte haben wir direkt vor uns links, ja? Ja. In der Kirsche. Ja. Ne, wir sind schon tot. Wir warten auf Cebys Kommando. Soll ich vielleicht hier oben, warte mal, ich guck mal von hier oben. Lass die Tür raus. Ah, wo ist bereit? Oh, wo ist bereit? Warte auf ein Go. Warte auf ein Go. Ey. Problem ist, dass hier über 4G Schussfreigabe gegeben worden ist, von wem auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht von mir. Das Problem ist, dass Positionen sind bekannt. Ich wünsche bitte schnelles Eingreifen von Bravo-Trupp von hinten. Alles klar. Alles klar. Powercraft ein, Powercraft ein. Positionen sind markiert, sind eher auf der nordwestlichen Seite der Stadt. Also praktisch mehr vor uns. Verstanden. Verstanden. Das ist rechts das Haus. Soll man das mal sichern? Nicht, dass da irgendwas oben drin steht oder so und gleich auf uns drauf ballert. Ja, geh mal bitte einer rein und sichert. Ich geh... Ah, ich... Oder wer geht rein? Basti geht rein. Basti, alles klar. Ähm... Unser... Unser Gebäude wurde tatsächlich umzingelt. Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr Hilfe? Ihr Haus ist clear. Negativ. Ihr bleibt mal und... Sehr schön. Verstanden. Zurück davor. Verstanden. Verstanden. Okay, wir gehen zur Kirsche. Denk dran, das sind Leute. Lass ich Basti warten. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Warten. Das war zu voreilig. Ich Kontakt. Gegner down. Sehr schön. Wir begeben uns jetzt erstmal ein defensives Haltungsfeueres auf uns gerichtet. Verstanden. Wir haben Kontakt eurer gemacht. Eurer gemacht. Alles klar. Dann greifen wir von zwei Seiten ein. Ist gut so. Links von uns. Ja. Hab ihn. Links von uns außerhalb der Kirche. Okay. Hab ich gerade irgendwas gehört. Irgendwie ein Rufen gehört. Ja, da ist auch schon einer. Warte. Einer down. Da liegt noch einer. Direkt hinter der Mauer. Feinde bekämpfen was geht. Hier, wo ich jetzt mit dem Rücken dazu stehe. Da liegt der Typ. Ich seh deinen Rücken nicht. Der, der gerade da. Pssss. Okay. Gut. Wir rücken weiter vor. Notiz an mich. Mehr über Mauern drüber gucken. Muss mich kurz halten. Okay. Alle zurückziehen. Ne, ne. Bin da. Fertig. Alles klar. Und. Höre Leute reden. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter Kirche noch, ja. Lass mal nochmal in die Kirche reingehen. Mit allem. Langsam. Neben der Kirche. Auch. Ich bin aus Atem. Okay. Langsam. Langsam. Hier rechts. Rechts in dem Häuschen hier. Höre ich jemand? Ja. Welches Häuschen? Das da? Direkt? Die schickste Seite. Ahmetöchchen. Hier hinten dran vielleicht. Wir rücken auf jeden Fall nach her. Äh, eine Einheit von uns. Hat ein Tempest gefunden. Hat die Tempest gefunden. Wann jetzt markiert. Problem ist, dass, äh, die Einheiten weiterhin zangenmäßig auf unsere, auf unseren Basisvorrücken. Verstanden. Verstanden. Ja, dann Lava rückt zum Tempest-Koffer, versucht ihr zu sichern und kommt dann zurück zur Alpha. In die Kirche kann niemand rein, ne? Oder ist Kirche auch noch theoretisch... Ich versuche ein Freischlag. Ja, Eventual, sie können überall Gegner sein. Ausdauer ist halt scheiße. Ja. Haus sichern. Unten Clear. Kann ich irgendwas trinken oder so, ne? Ne. Musst du nicht. Oben auch. Haus safe. Ich bin im Nachbarhaus. Draußen sieht nichts, sieht Clear aus. Ja. Wir sind draußen. Absolut. Wir müssten direkt, ja, gegenüber das Haus clearn, wir müssten direkt gegenüber von Tempest sein. Dann bis direkt stürmen und mitnehmen, oder? Irgendwo Schüsse? Feindliches Feuer. Kontakt, Kontakt, Kontakt vorm Haus. Ja, erschießen, erschießen. Hab einen, da ist noch einer. Ich bin tot. Der hat mich durch die Wandern geknallt. Das ist doch Bullshit. Ich verstehe nicht durch die Wandern geschossen. Ab rein. Boah, alter Schwede, ey. Wir stehen hier weiterhin unter Feuer auf unserer Basis. Badzi, bist du das da bei mir? Ne. Palka. Links. Vorsicht. Auf der Straße. Links auf der Straße. Vorsicht. Passt du das aus. Das ist schon von einem. Ach komm, da schießt die ganze Zeit. Da bietet mich schon viel Eheil. Ist der down? Wir sind auf der Frage. Boah, alter Schwede. Die Dinger haben echten Aim. Ja, ja. Kann ich es nicht. Mit dir ist nicht zu spaßen. Bravo. Eins. Vor allem. Jetzt bin ich wieder verwundert und kann mich nicht heilen. Versuchen die Gefreine zu flankieren. Versuchen die Gefreine zu flankieren. Ihr versucht bitte den Tempest zu sichern und zu äh. Baka, ich geh nach oben hin. Dix gleich hin. Dix gleich hin. Sieht aus mit dem Tempest Gerät. Sie stehen beide noch an der selben Stelle. Mein Team ist dran. Mein Team ist dran. Baka, bist du erst da vorne in dem Haus? Ja. Vorsicht, da ist einer da drinnen, ne? Da ist einer links vorhin reingegangen. Oh. Der ist reingekrochen, weil ich kannst ja... Also, wo bist du? Bist du das? Oh. Ich werde besnipet. Oh fuck. Schönen Luftfliegen. Hier. Links. Hier ist einer reingegangen. Direkt am Tempest. Direkt am Tempest. Ähm, Sniper. Alfa und Bravo. Sniper gesichtet auf der Tempest. In die Garage ist der rein. Verstanden. Oh, ich bin dann am Schuss. Ja, der hat mich scheißern. Alpha und Bravo. Eins ist da, wo ein Tempest ist. Ich werde versuchen ihn zu extrahieren. Ich werde versuchen ihn zu extrahieren. Shit. Sniper wurde markiert auf der Map. Schlecht abgesichert. Fack, fack, fack. Fack, fack. Pass auf. Hier in Deckung. Im Gegenüber. Da liegt, ist er. Ab ihn. Boah. Bravo und Alpha. Tempest ist er. Tempest ist er. Zimisch demoliert. Äh, ist aber extrahierbar. Extrahierbar. Wir versuchen ihn jetzt rauszubringen. So weit verstanden. Äh. Komm rein. Da ist der andere. Da ist der andere. Tempest ist praktisch nicht vor. Aber fährt noch Trecker mal. Da muss sein Team das nicht genügend absichern. Äh, vielleicht zieht ihr euch lieber nochmal zurück und begreifen seinen gemeinsamen Schlag an. Ja, das hier macht keinen Sinn. Das hier macht keinen Sinn. Gut, ich denke mal, sonst werden noch Einheiten dann fallen, wenn wir den Tempest rausziehen wollen. Also lieber nochmal zurückkriegen. Kannst du mich grad mitnehmen? Der Ida? Das ist doch hier vor Ort. Stellung sozusagen in den Häusern. Verschanzen von den Sachen. Kann Alpha und Solskrub rücken kommen? Verstanden. Verstanden. Ja. Alpha wird vorrücken. Ja, wir werden getroffen. Granaten getroffen. Soll ich nochmal reinfahren? Komm zu uns, direkt zum Tempest. Jupp. Verstanden. Oh, ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n Gegner. Gegenüber im Lizenzgebäude. Alpha und Pavo. Ähm. Alpha Team Riggs. Ist du den? Ja. Der sieht mich dann auch. Granate, Granate. Ich bin tot. Ist der Sniper eigentlich weg? Das ist Bullshit. Achtung, ich hab'ne Granate geschmissen. Du 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 du. Das ist genau unsere Werkstatt. Boah, bin ich gerade erschrocken, Alter. Bin jetzt am Autohändler, sag' ich mal. Soll ich in den Tempest einsteigen? Ach, scheiße, der ist kaputt. Der ist komplett kaputt. Habe ich Toolkits dabei? Nein. Wir können den nicht reparieren. Ach, die sollen wir nur sichern oder wie? Ja, wir sollen den da rausbringen, aber können wir nicht, weil wir können den nicht reparieren. Kein von uns ist Ingenieur. Ja. Du kannst auch kein Medikit benutzen, wenn du kein Sanitäter bist. Also kein Verbandskasten. Nur die erste Hilfekästen. Achso, das ist natürlich dann doof. Ja. Nehmen wir den erste Hilfekasten einmal anwenden. Achso, ich werde dich befassen über ihn. Echt verwundet. Ich werde ihn hierêrn ausmachen, sodass ich riecht. Ah, ich werde ihn voll von mir geändert. Kein tor MORtv. Und mir seht's hier? Wir haben uns total aufgesplittet, fällt mir grad auf. Ich lauf hier auch schon rum wie so ein Lodenwolf. Kann das Alpha Squad Media den zweiten Tempest nehmen? Rockatoppe rechts von dir, rechts von dir. Guck mal hier siehst du den Hunter rechts von dir, Rockatoppe? Ja, ja. Was ist das mit dem? Was ist denn der zweite Tempest, ich weiß gar nicht, dass wir einen haben. Ich weiß nicht, welcher Hunter... Ah doch, ok, ja, ja. Was ist mit dem Hunter? Okay, das Ziel ist, den Tempest in Richtung Gravia zu bringen, zum Missionsstart. Bravo Squad, verstanden? Verstanden, verstanden. Das sind dann 1,1 Kilometer, das müssen wir überwältigen. Die Hunter sollen bitte das Ganze dann verfolgen. Einheiten am besten nebenher abziehen im Gebüsch. Nicht Kram. Kann mich der Hunter mitnehmen? Scheiße. Wir müssen nur draußen bleiben, um mich zu schießen. Willst du mir jetzt erzählen, dass wir uns so vorankrebsen müssen? Ja. Größer? Ja. Auf mich. Hart. Gott. Äh, aus Südosten. Okay. Ähm. Glieder an alle, bitte versuchen. Das Ziel ist, dass wir die Tempest aus dem ganzen Jahr ausbringen und nicht, dass wir so viele Leute in den Schub bringen. Versucht, die Wagen weiter nach Gravia zu bringen. Haltet euch die Leute so weit an, dass ihr praktisch rauskommt. Ich grüße. Ja. ia. Distanz. Ich grüße. Entschenkt. Ich grüße. hanging auch mit dem Zuhregel. Einen. Ich grüße. Ich grüße. Ich grüße. Ich grüße. Ich grüße. Ich grüße. Diese Stille. Äh, warum fahrt ihr mich an? Jetzt hören wir damit auf. Super. Quatsch, du ist so ein Vollidiot. Wow Quatsch, richtig gut gemacht. Applaus, Applaus. Genauso endet es immer bei uns zum Kotzen, ey. Ja, warum haben sie den von hinten da rein? Warum haben sie den von hinten da rein? Warum haben sie den von hinten da rein? Weil der andere von vorne reingerammt ist. Weil, wie gesagt, die Wagen, es war eigentlich die Mission schon vorbei. Wir haben die Wagen gesichert und ich hatte, ich war das Ding. Wir fahren jetzt nicht so mit 3 km aus der Schelle Stadt raus. Ist das dann langweilig, oder was? Oh, was Auftrag ist, ist Auftrag, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Und jetzt? Ja. Jetzt haben wir verkackt. Das war's. Mission failed. ...... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020